So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Und auch wenn ich keinen Hauptaccount mehr habe, wenn mein Account gesperrt wurde, möchte ich euch weiterhin informieren über die Dinge, die in Pokemon Go passieren, Geschehen, Events, Forschungstage wie mit Miraplan nächste Woche. Meine Meinung dazu sagen, gucken, wie sich die App weiterentwickelt, was da so passiert. Und ich habe auch schon einen kleinen Plan mir ausgedacht, wie es für mich auch weitergeht. Dazu wird aber ein extra Video folgen, da werdet ihr demnächst was hören. Heute ist ja auch Raid-Boss-Wechsel, jetzt ab 10 Uhr, Katagami geht weg, Karguron kommt in die Raids, ab 11 Uhr kann man Karguron-Raids machen. Ich werde für euch ein Karguron-Raid machen, vor Ort, mit Video. Werde halt den Samyang-Buldak-Account nehmen, mit dem die Leute einladen für den Raid, dass wir ein Video dazu haben, für die Konter und alles und hin und her. Auch wenn ich den Haupt-Account nicht mehr habe, mache ich das heute dann mit dem Samyang-Buldak-Account. Der Samyang-Buldak-Account wird aber nicht mein neuer Main-Account, das kann ich auch gleich dazu sagen. Der ist zwar Level 50, der hat alles, aber der wird es nicht. Das ist der zweite Account gewesen und der wird auch zweiter Account bleiben. Aber jetzt zum eigentlichen Video. Ein Forschungstag zu Ehren von Miraplan. Normal hätte ich gesagt, interessiert mich nicht die Bohne, weil Hunderter habe ich alles voll als Familie. Shinies habe ich alles voll als Familie. Und so nützlich ist das meiner Meinung nach auch nicht. Forschungstag ist es sowieso immer dieses stressige Stops drehen. Wer keine Stops hat, kann nichts drehen, kriegt keine Aufgaben, hat dann auch nicht die erhöhte Shiny-Rate, weil er keine Pokémon-Encounter bekommt. Ist immer ein bisschen komplizierter. Es ist immer dieses leidige Thema, während der Corona-Zeit gab es ja im Heute-Tab dann 10 Seiten, immer mit den gleichen Aufgaben, für jeden gleich und die gleiche Menge, die man abarbeiten konnte, um diese Begegnungen zu kriegen. Das war ein faires Spielerlebnis für alle Spieler. Laut Nagiantic ist es also wichtig, ein faires Spielerlebnis zu haben, aber sie sind von dem wieder weg und machen das wieder mit dem geht raus und dreht eure Stops. Wo du jetzt wieder Nachteil hast durch deinen Wohnort oder einen Vorteil hast durch deinen Wohnort. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn ich gar keinen Account habe oder neu anfange? Was wäre dann wichtiger? Auf was muss ich achten? So. Ich würde natürlich den Tag spielen, um Spaß zu haben. Ich würde gucken, dass ich einen Shiny bekomme, wenn ich noch keinen Shiny habe. Ich würde Bonbons sammeln, vielleicht doch mal eins hochziehen, weil das ja ganz cool ist, wenn ich nichts Besseres habe als Pflanzenangreifer. Das ganze Ding findet statt am Sonntag, dem 17. September. Das ist nächste Woche Sonntag, 14 bis 17 Uhr, wieder drei Stunden. Wenn ihr die Fotoscheiben von Pokestops dreht, dann haltet ihr Forschungsaufgaben, für deren Abschluss begegnet ihr Mirapla. Ist nicht das erste Mal, dass sowas da ist. Wie gesagt, kennt man eigentlich. Mit Glück sogar in dem Schillernden. Und wie wir wissen, ist eigentlich die Shiny-Rade an solchen Tagen, an solchen Feldforschungstagen, krass erhöht, gleichzusetzen vielleicht mit beim Community Day. Da sieht es nämlich auch so aus, dass ihr da eine richtig hohe Shiny-Chance habt. Event Boni. Es wird doppelten Fangstaub geben während der drei Stunden. Es gibt eine erhöhte Chance auf Begegnungen mit XXS und XXL. Mirapla, erhöhte Chance auf Schillernde. Und wilde Mirapla können einen Sonnenstein mit sich tragen. Weil ihr das ja dann auch zu Blobella und so entwickeln wollt, dann ist das, ja... Ja, dann steht weiter nichts da, außer natürlich, dass es auch Pokémon-Showcases geben wird. Mit Mirapla an ausgewählten Pokestops, was ja zu vielen Events jetzt immer gemacht wird. Das ist natürlich cool, denn durch die Showcases, da habt ihr vielleicht Glück, wenn ihr auf dem Dorf wohnt, ein Showcase habt, aber nicht so viele Spieler habt, dass ihr eine relativ gute Platzierung bekommt oder vielleicht sogar immer Platz 1 seid und dann richtig coole Premium-Items absahnen könnt. Oder halt, je mehr Spieler da mitmachen, desto besser sind trotzdem die Belohnungen und dann auch wieder auf den vorderen Rängen. Ansonsten gibt es hier wilde Pokémon während des Events, die wohl alle Pflanzen und Käfer sein sollen. Wir haben Paras, wir haben Blutzuck, wir haben Knofenza, Knils, Roselia, Tuska, Tarnbignon und Frubal. Paras gibt euch Unmengen an Staub, das ist auf jeden Fall für die Leute, die Sternstaub brauchen, sollten auf Paras gehen. Knofenza haben wir letztens ja erst die komplette Krypto-Familie in 100% auf Level 50 gezogen, das war richtig krass. Ja, ist jetzt weg. Ich würde, wenn ich nicht viel habe, sagen, gönnt euch Knils, weil Kapilz ist ein guter Pflanzenangreifer, ist auch gleichzeitig ein guter Kampfangreifer und geht auf Roselia, denn das ist ein guter Pflanzenangreifer und ein guter Giftangreifer. Beim Rest sehe ich jetzt hier nicht den Nutzen. Wie gesagt, GBL-Sachen lasse ich da mal außen vor. Ich finde also am interessantesten von dem ganzen Event Knils und Roselia als Pokémon zu farmen, da sich ein gutes Exemplar zu sichern, Bonbons mitzunehmen, dann was hochzuziehen, damit ihr ein paar gute Pflanzenangreifer habt. Ansonsten, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock? Werdet ihr den Forschungstag mit Miraplar spielen? Braucht ihr noch ein Shiny? Habt ihr die Shinies schon voll? Bei Miraplar ist auch das Ding, der Unterschied zwischen männlich und weiblich ist enorm. Wenn ihr euch das Blütenmuster bei Giflor auf dem Kopf anguckt, bei dem einen sind lauter kleine weiße Punkte und bei dem anderen sind große weiße Flatschen. Und das siehst du einfach. Du siehst den Unterschied zwischen männlich und weiblich. Das ist auch beim Shiny natürlich. Also wer da alles haben will und alles sammeln will, der achtet auch auf sowas und nimmt das alles mit. Ansonsten nett für zwischendurch, ein bisschen zu zocken, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Hier alles sehr natürlich, ein Pflanzen-Event sozusagen. Knils, Roselia, wären meine Ziele. Was sind eure? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bereite mich jetzt auf den Community-Raid vor mit Samyang Bullduck, der dann zehn Leute einladen muss, aber so viel werden sich gar nicht melden. Bis dahin, Peace out Vorhaut, euer Ramses.